Immerhin finden viele große Hilfe, wenn sie sich Gott als den aufgestiegenen Meister im Innern vorstellen oder als die mächtige Ich-Bin-Gegenwart, zu der sie sprechen können. Diese Gegenwart ist ein herrlich flammendes Licht. Ihr könnt dieses Licht innerhalb eures äußeren Gemütes und Körpers sehen, seine sichtbare, greifbare Gegenwart, die nahe über eurem physischen Körper schwebt. Ihr könnt zu ihm sprechen und bestimmte Antworten, vollkommene Führung und erstaunliche Offenbarungen empfangen. Wenn ihr eure mächtige Ich-Bin-Gegenwart innig und oft genug erfasst, so könnt ihr ständig unter Gottes Führung stehen. Seine mächtige Weisheit und Intelligenz und sein flüssiges Licht werden unaufhörlich in alles strömen, was ihr erstrebt, wenn ihr nur eure Aufmerksamkeit unverrückbar zuerst auf die mächtige Gegenwart und dann auf das gewünschte Ziel richtet. Dies muss in bestimmter und beharrlicher Liebe geschehen. Solche allmächtige Kraft und Weisheit ist unüberwindlich und kennt kein Misslingen.